Liebe Frauen, mein Name ist Veronika Schweiger-Mausschitz. Ich arbeite im Haus der Frauen als Fachreferentin für Bildung und Spiritualität. Viele tolle Frauen gehen in diesem Haus ein und aus. Mit dem Lied, das ich für euch vorbereitet habe, möchte ich Danke sagen. Danke für eure Engagement, für eure Zeit und für die Gemeinschaft. Greift den Impuls auf und sendet ihn an die tollen Frauen in eurer Umgebung weiter. Weißt du, du bist eine tolle Frau? Weißt du, dass ich dir viel zu trau? Mit Herz und Hirn, mit Schwier und Sinn, mit Leidenschaft durchs Leben. Weißt du, du bist eine tolle Frau? Weißt du, du bist eine tolle Frau? Weißt du, die Welt ist wunderschön. Gemeinsam gehen dann wir viel bewegen. Mit dir gemeinsam macht das Handeln einfach mal Spaß. Weißt du, du bist eine tolle Frau? 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 Du bist eine tolle Frau Untertitelung des ZDF, 2020